so hier so many sticks, so willkommen hier bei Pankapu, ja wie man sieht gerade durchgepackt, ne so um spaß ja runtergeladen mal immer wenn man das neu runterlädt ist doch die neueste version drauf oder nicht ja steht da ja geht nicht musste gerade ein update machen aber egal so was hat 3 gigabyte oder so update war gerade 7 und mb normalerweise ist ja immer die neueste version in einem oder wie passen wenn dort ein kleiden so trotzdem einfach mal gucken ich bin mal gespannt habe ich mir extra ausgesucht das spiel ich habe davon nicht viel gesehen also ich weiß gar nicht worum geht aber wie steuerung keine ahnung bei dem video ok gut gucken ah also muss man drücken ok also ich habe gerade alles gelesen ist mir egal die schicht in diesem geschnitt ich will die grafik szenen wissen wird man machen kann weil hier ist kein final fantasy wo man die ähm die story wissen muss ja 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 oh Iron Man was ich kurz so ja kommt es gut ich zeige wie die grafik aussieht oh gut oder mehr mehr nix oder gut und erfasst so müsste so ein jump and run spiel sein eigentlich wenn ich den trailer richtig gesehen habe mein name ist iketomi der träume wie bei der menschlichen illusion und zufällig auch dein schöpfer ja egal wie du bist mach sich die voren kommen so ach gut schlagen oh leck metzeln in der luft oh leck schild scheine so schon mal ganz in ordnung zu sein kann machen ja hier noch im fähigkeiten inventar ohne andere seiten aufgabe iketomi watpad pankagou darum einen waldgeist namens oidi was finden und diesen vollemersion durch die nazis in nagis hier nagis nazis zu schützen suche im forst der weisen nach uhiti ja ok ah coole karte also erster level sachen zu finden watmen imoliten watmen imoliten keine ahnung schalte alle alles klar sachen vorgestalten gegner orte also klosar nennt man das ja ist ja so schon mal in ordnung kann man schnell laufen okay gut dann ja freut mich das geht wie sagt eben ist mal abgeschmiert und dann muss man direkt ein update machen wo man die herunterlädte erster hat warst du schon ach toll gut marschierende level na gut hätten sich noch sparen können na egal so jetzt richtig level gut bin ich mal gespannt wie es aussieht ok tutorial schleim füßen zwei schläge ok kann man luft noch hier so wenn man vorne springt doch wieder so ein bisschen zurück also gedrückt um höher ok ok dann den schloss in griff ja muss man jeden schloss in griff ok wie ein zelder oder was äh zelder oder so ähnliches ok so ist das schon mal cool blocken ok ok ne schloss schloss toll ist ein tod gut mhm na cool sieht aber noch cooler aus wahrscheinlich später noch andere fähigkeiten weil ich eine spinne oder ne oder ich gott ist also ich habe eher angst oben vor dem spinnvieh als unten vor der kalle kralle da so ja oder irgendeine spinne wird sie ok ja ich war auf so einer routine zu suchen alles klar was in dessen tasche ne wie auch mal ja kommst du jetzt geben wir meine gegenstände errichte ich mit ok cool ok so also hier ja wie gesagt 3g weiter spielen habe ich jetzt hier irgendwas ui der geist muss also schon jetzt selber hast du irgendwas gefunden gut 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 vielleicht zählt das hier für die ganze karte hm 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 gegner noch nichts ok das sieht aber cool aus hüpp hua und jetzt hua cool naja 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 ja super pentagramm naja gefällt mir oh das ist nicht was also ha ja kann ja mal abwarten ne ich hab kein geduld geduld zu haben ne sorry so aber das ist nicht was so ui 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 eu tje ui ui u u u u u u u u gibt ja nichts. Gucken wie ihr jetzt auch seht hier. Zeit fahren, äh, gibt noch irgendwas, ähm, ja, dass man unter Zeitlimit das machen muss, weil wir abhauen. Ja, aber auch nicht. So, Schleimpfützen. Boah. Da kommen wahrscheinlich jetzt noch kleine Dinge raus, passt auf. Kann ich mir denken. Ja. Offensichtlich. Aber was haben wir oben? Der kippt mir die Gegend. Gib mir mal eine Gegenstände her. Ist rasch aus. Der kippt gleich. So, ja, was sehe ich auch plattgedrückt? Ah, komm, man muss eh nicht hier enttöten. Oder kippt doch gar keine Erfahrungspunkte. Aber kippt eh nicht. Deswegen muss man die ganzen Spastis da nicht machen. Einfach nur Level packen und noch weiter. Was ist hier los? Ich muss willen, der Weg wird von diesem Abgang überblockiert. Ja, komm, Spinne. Mach mir mal jetzt. Siehst, ein kleines Spastis da ist ein Keimling. Ähm, ein Keimling. Ja, ja. Der Mach. Schleisch ruf, ey. Schleisch ruf, ey. Der Nett. Wir müssen wahrscheinlich erst mal was finden. Also ruf. Oh, ja, was hier ist. Pfützen, Stachel, Falle. Das Todes. Boah. Alles klar, wo? Oh, ne Hülle. Okay. Ja, noch keine Trophäe. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Was man machen muss. Oh, ja. Ach, oben. Oh, noch. Ja, ganz gesehen. Oh, komm, durchlaufen. Da geht's. So. So, soll ich mal aufpassen hier auf meine Energie. So, wie gesagt, kann doch sein, dass die noch geheimlichen sind und sobald. So, aufpassen. Sieh los. So, dann wird wir jetzt die erste Trophäe geben. Erst Fähigkeit. Komm, mach. Gib dir Kram her. Ja. So, danke. So, irgendwas gekriegt. Erste Trophäe, stimmt sogar. Man sagt, was ist fairenartig ist ein Torsches Miral. So, wird wohl jetzt irgendwie eine neue Fähigkeit sein. Oder ein Gegenstand, dem einsetzen muss, kann. Boah, Geheimgang, ey. Ja, guck mal. Kurz da. Ja, geht hoch, ey. Oder warst du schon? Warst du schon? Ja. Ja, okay. So, kommt mir her. Also, sieht man hier den nächste Weg. Äh, äh, also Speicherpunkt. So, was haben wir hier? Und so, Stacheln wieder. Oh, 10, 10, 10, 10.000 Schlacheln. Okay, ja, so halt. Lassen wir hier. So, Ruff. Aha, Energie. Okay. Höppala. Cool mehr. Wollen wir hier ruf. Also, wir raus. Garten gesehen, ja, stimmt. Da muss man hochdrücken. Ähm, also, jetzt müssen wir hier. So, jetzt wird es wohl. Gute Gegner kommen immer wieder neu, wenn man rein raus geht. Auch schon mal gut zu wissen. Wenn man keine Energie mehr hat und man geht rein, ähm, in die Höhle rein raus und dann, ähm, ja, muss man aufpassen. So, aber erst jetzt mal hier, wo man speichern kann, aber was? Checkpoint kriegt man eh seine Energie, wie er vorher so. Jetzt müssen wir hier weiterkommen. Da ist klaro. Auf allen anderen Seiten des neuen Freundes ließe Pankow, äh, die Namen da, kann man gar nicht aussprechen. Deswegen, ne, schläfst du erst gar nicht mehr, komm. Furchtige Sprachfehler, hier kriegt hier, wenn man die Namen erließ. Ja, ja, ja. Hier kann ich denken, was jetzt passiert. Hat die drei magischen Bohnen da gemacht und jetzt kommt hier die, ähm, ja, die Bohnen ab zum Himmel kommt jetzt, so. Bestimmt sogar, na fast. So, ah, guck, haben wir hier. Nur ein Tieffragment. Du hast einen nur ein Tieffragment gefunden. Die sind nicht einfach, sind jetzt angefasst, dass man mit Kraft des Lebens so gefüllt ist. Wenn du insgesamt vier von insgesamt allen sammeltst, alles klar, kriegst du eins, aber ein Ding mehr, alles klar. So einen habe ich hier so ein Viertel. Das ist wie noch drei, ähm, andere Viertels hin, da kriegst du auch oben, da oben, dann eins dann mehr. Ja, ist schon mal gut zu wissen. Ui, schlacheln des Tores. So, was hier los? Muss ich erst runtergehen. Ah, Tieffragment war falsch. Röhrig. Gibt ja manchmal Geimgegen. Oh, komm, 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 schnell, 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 schnell. Und ja. Huah. 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 Okay. Also einfach, wie es aussieht, ist es nicht, ist es nicht wirklich. Wohl eigentlich schon mal ein bisschen drauf achtet, was man macht. Ich habe meistens kein Geduld für so Sachen und deswegen mache ich es immer so schnell wie möglich. So, wo geht der hin? Nirgendwo. Ah, okay. So, wird wohl. Oh, weiß ich was. Stachelparade des Lebens. So, jetzt habe ich hier auch Arschkarte gezogen. Nimm mal viel Energizer. Hey. So, bin ich mal gespannt hier. Ah, gut. Oder hier. Da kriegt man ein bisschen Energie. Okay. So. Wie bei Devil May Cry, wenn man Luft ist, kann man, wenn man schlägt, ist man unendlich eine Luft. Na, okay. Fast. Tor ist kralle, kralle. Ah ja, nächster Abschnitt. Alles da. Cool. So, habe ich irgendwas gefunden. Ja, doch eins. Eine Schriftrolle. Da habe ich gerade gesehen, dass ich die gefunden habe. Und da ist ein Herz. Herzteil. Okay. Ein Herzteil habe ich gefunden. Ja. Na ja, nächster Level. So, auf jeden Fall Endgene müsste es auch geben. So, ich gucke mir jetzt trotzdem aber noch jetzt hier Level hier ein bisschen an. Da war es ja dann wohl genug für Video. Scheint immer soweit ganz okay zu sein. Ui. Oh, ich bin nicht die Spinne. Was ist hier wieder los? Was kann ich nicht? Das habe ich noch gelesen. Egal. Ist mir egal. Scheiß Leserei. Da brauchen wir nicht. So, was denn hier ist Ingeheimgang? Ah. Da. Na ja. Da. Das war schon mal. Was ist nicht geplant da? Ingeheimgang. Gut. Für was? Vielleicht genauso da hinkommen, wo ich auch so hinkommen wäre oder was? Ja, oder? Wo bin ich jetzt hier? Ja. Tatsache. Vorhand hat mir jetzt hier nichts verhandener Tieres gebracht. Lächelisch. Komm, geh her. Bevor ich mich noch meine Meinung ändere, dass das Spiel nicht cool ist gleich hier, wenn hier nicht weitergeht. Zum Blödsinn da. Geheimgang, der nichts, keine Gegenstände bringt, ursprünglich vorbeigelaufen. Keine Ahnung. So, gespeicherts. So. Und der ist schlicht auf. Ui. Schlicht auf. So. Na ja. Cool. Ui. Jetzt muss man schon wissen. Pauf. Pauf. Dima. Ah, da kannst du ruhig bleiben. Dima springt. Ui. Da war zu weit gesprungen. Jetzt wäre ich gerne da oben links da reingegangen. Ah, Mann, ey. Hier da rein. Ah, da kann ich dir jetzt nicht zeigen. Er rennt ja automatisch weiter, der Motherfucker. Egal. Gut. So. Keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich jetzt hier Endgibner oder was? Und ein Freund sein? Hä? Ja, ja. Ist mir egal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich will hier auf Feier. Toll. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hin, gell. So, da mal. Oh, Mann. Ich muss den Spielstand löschen und, ähm, ja, vierten Level nachher nochmal machen für, für nur links rein zu gehen. Auch wahrscheinlich, dass da irgendwas wichtig ist. Da hat man davon, wenn man zu schnell spielt. Ja, egal. Gut. So ist es halt. Ui. Nicht schlecht auf Feier. Ja, und jetzt? Nicht schlecht auf Feier. Ja, gut. Keine Ahnung. Also, hier ruf. Ja. Du musst auch auf die Grafik achten. Ja. Am zu sind hier so simpile Sachen und so. Hier sieht man manchmal nicht. Gut. Dass man da hoch kann oder so. Hätten wir fast gar nicht drauf geachtet. Ja. Kann. Boah. Was. Kurz da. Alle hören auf. So. Kann halt so passieren. Hm. Kann man da irgendwo rein? Nee. Gleich, ähm, hier. Oh. Huh. Ha. 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 Ja. Die Asi ist da. Vielleicht will da noch einen Geheimgang. Auf jeden Fall rotzen sie auf mich drauf. Gut. Lass sie ruhig rotzen. Ist mir egal. Das haben sie schon immer gemacht. Wie die Menschen. Lass sie ruhig labern. Das haben sie schon immer gemacht. Das geht drauf. Aber echt. Nicht jeder Treffer ein. Jetzt sitzt. So. Nur einen halben Stern. Danach bin ich eh kaputt. Hoffentlich pack ich diese Level. Und wenn ihr dann wartet hier mit dem Video. So. Hey. Mach ich die Level erstmal nicht neu. So. Mal ein bisschen vorsichtig. Äh. Ist aber. Gepackt. Jetzt sieht man auch. Da gibt noch einen anderen Weg. Wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich. Was man gar nicht mehr an welchen Level dran war. Ja. Auf jeden Fall. Da gibt noch einen anderen Level. Keine Ahnung wie man hinkommt. Sonst bin ich hier oben. Was dann. Ist gar nichts. Hätten sie schon sparen können. Raststätte. So. Jetzt kann man da. Ähm. Zelten. Ne. Kann man nicht. So. Mal gucken. Was hier ist. Einmal gerade nur gucken. Irgendwie kommt jetzt ein Endgibner. Oder ich zeige gerade der Anfang noch vom Level. Ich hab mal voller Energie. Das ist schon mal gut. Kann man sonst überhaupt irgendwas machen. Bistige Gegenstände. Karte. Karte. Watt. Peppu. Ja. Peppu. 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 So. Orte. Ja. Es war schon überall. Oh gut. Dann ist es da wahrscheinlich schon eine Karte von. Acht. Keine Ahnung. Charakter. Man hat bis jetzt auch nur einen. Gegner. Kommt noch gar nichts. Keine Ahnung warum. Kommt noch mal. Und wahrscheinlich auch Gegenstände oder irgendwas einsammeln. Ähm. Ja. Warte erstmal. So. Mal gucken. Mal gucken. Geht dann jetzt erstmal so weiter. Ich guck mal, dass ich hier mal schnell durchlaufe. Wohl auch nicht. Durchgehend mal kaputt. Mal gucken wie das aussieht. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah ok. Dann fängt man mir von neu an. Egal. Es ist mir immer gezeigt. Wie gesagt. Irgendwie gibt es auch. Habe ich ein Video gesehen. Und ähm. Ja. Spiel ist ganz interessant. Kann man so lassen. Sagt Daumen hoch. Und da wart ihr ein Video. Wenn ihr mögt. Könnt ihr meinen Kanal liken. Und abonnieren. Und was wie auch mal. Dann wart ihr mit euch noch ein Video. Schönen Tag. Und ähm. Ja. Bleibt gesund. Und. Ja. Bis dem nächsten Video. Auf Wiedersehen. Und schließt wieder. Warte mit.